Herzlich Willkommen bei Chef in the Woods. Schön seid ihr diese Woche wieder dabei. Wir starten heute mit ein bisschen abgeändertem Remake Video, dieses Mal von Klaus Grillt. Wer kennt ihn nicht? Klaus Grillt, super Rezepte immer dabei. Alles muss ich sagen, super geiler Grillkanal. Schaut da mal vorbei, ich verlinke das unten. Und zwar ist das Ganze schon ein Weilchen her, zwei Jahre nämlich. Da hat er mal ein rustikales Bauernsteak gemacht auf der Plancha, respektive hat er das auf der Feuerplatte gemacht. Zumal ich nehme heute dazu eine Plancha auf dem offenen Feuer. Ich nenne das Ganze etwas anderes, etwas anders, wie ihr es im Titel schon lesen könnt. Das ist das XXL Bauernfrühstück, weil ich finde einfach für ein richtig geiles Katerfrühstück oder auch so ein Frühstück vor richtig harter Arbeit auf dem Bauernhof passt das schon in den Magen rein. Wie wir das Ganze machen, das seht ihr jetzt. Was wir dafür alles brauchen, seht ihr hier, wir haben wieder unser Mary River Salt, dazu haben wir ein paar klein gehackte Speckwürfel, wir haben Schweinennacken oder auch Halsdeck, geht auch, ein paar kleine Spargel, eine rote Paprikaschote, zwei Eier und Frühlingszwiebeln. Wir schneiden hier gleich so einen kleinen Schmetterlingsschnitt hier rein. Es ist immer gut, wenn man das Ganze gleich am Stück kriegen kann, konnte ich jetzt so leider nicht. Kein Problem. Klappen das auf. Ein bisschen glatt streichen so. Die Spargel schneiden wir einfach in kleine. Würfelchen. Eine Frühlingszwiebel reicht da. Nehmen ein bisschen von beiden. Paprikaschote nehmen wir einfach eine halbe. Dann habe ich hier von Klaus Grillt, Rubble the Rub. Ich probiere das heute aus. Er hat in seinem Video einen anderen Rub genommen. Ich mag es aber besonders mit Schweinefleisch, wenn es ein bisschen süsser schmeckt. Und lassen es ungefähr so vier, fünf Minuten ein bisschen ein bisschen nach einziehen. So, die Kartoffeln. Klaus hat die zu Hause auf dem Herd vorgekocht oder in der Pfanne, was weiß ich. Ich, in der Natur, habe die natürlich einfach auf kurz aufs Feuer geworfen, 20 Minuten schön vorgegart. So, zuerst, wir geben hier ein bisschen die Kartoffeln rauf, zugeben wir auch den Speck. Unser Schweinehalssteak geben wir hier ungefähr vier, fünf Minuten pro Seite. So, für unser Gemüse. Wir nehmen etwas Mary River Salt. Das kriegt ihr bei lumadelikatessen.com. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Zwei Spiegeleier. Auch die Eier können etwas Salz vertragen. Einfach nicht über das Eigelb. Gibt man Salz über das Eigelb, bekommt das Eigelb. So blöde, weiße Punkte oben drüber und das sieht einfach nicht so schön aus. In unserem Fall kommt das nicht so drauf an, aber das Auge ist mit und dadurch auf jeden Fall. Gut, wir können das Ganze zusammensetzen. Ein yesterday. Geben das schön oben rauf. Guckt euch das an. Richtig geil. Ich liebe es, wenn das Eigelb so richtig flüssig ist. Ich könnte nur das Eigelb essen. So, lieber Klaus, wir probieren das jetzt. Auch ich provokativ durch das Eigelb. Ich muss sagen, mit dem Eigelb ein richtig geiles Katerfrühstück, respektive Bauernfrühstück. Wunderbar. Den Rub. Geiler Rub, Klaus. Richtig geiler Rub. Passt so gut auf Schweinefleisch wie die Faust aufs Auge. Ja, ich esse noch ein bisschen weiter. Wir sehen uns nächste Woche. Samstag, Chef in der Wood. Tschüss. Tscheine. 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 Die Schmer.